Gott, will denn wirklich niemand den Coutinho haben? Was heißt denn hier bitte niemand? Ich bin sicher immer noch heiß begehrt. Digga, hast du mal deine Form in den letzten Jahren gesehen, oder? Ja gut, war nicht überragend. Aber ich hab immer noch was im Tank. Ja, whatever. Ganz ehrlich, wir wollen dich einfach nur loswerden. Gut, zwei Bedingungen. Bedingungen? Coutinho stellt Bedingungen. Ich glaub, mein Schwein pfeift. Ganz recht, ja? Gut, ich spiel mal mit. Und die wären. Naja, ich will in ne Top-Liga. England oder Italien. Aha, okay. Genau, ich will zu nem Top-Team und dort dann auch spielen. Klar, hm. Sonst noch was? Ja, ich will nämlich mit Brasilien zur WM in Katar. Bruder, sag mal, bist du lost? Also, wir hätten Interesse an Coutinho. Was? Euer Ernst? Ha, ich sag's doch, ich bin immer noch heiß begehrt. Ja, wir würden den auch gern haben. Was? Das gibt's ja nicht. Ohne Scheiß jetzt? Ja, Logo, wir wollen Top-Stars. Schnauzen, Newcastle. Wir holen den. Okay, ja. Von mir aus gern. Aston Villa. Das wird ein Neustart für meine Karriere. Viel Glück, Bruder. Na, was meint ihr? Aston Villa, der richtige Verein für Coutinho?